Nun heißt es Abschied nehmen, Jack. Und du bist sicher, dass ich dich nicht mitnehmen soll? Ach, ich finde diese Gegend eigentlich recht angenehm und will noch ein wenig spazieren gehen. Ich habe nämlich so ein Faible für gruselige Orte. Die sind so entspannend. Wie du willst. Danke für alles. Und hier, dein Geschenk. Frohe Weihnachten. Ah, Kürbis-Tee. Danke. Zwar die Instant-Version, aber hey, besser als nichts. Bis irgendwann, Jack. Schneller, meine Rentiere. Wir haben viel Arbeit aufzuholen. Geschenke müssen ausgeliefert werden. Ho, ho, ho. Leg dich nicht mit dem Weihnachtsmann an. Das ist etwas andere Hörspiel von Biohazard-Studio. Es sprachen Günter David als Weihnachtsmann, Yoshi Hayek als Jack Pumpkin, Kerstin Rappan als Dahlia und Hans Tont als Dracula. Story und Skript Martin Kater. Musik und Biohazard-Studio-Jingle Homers Kräftler. Weitere Musik Kevin MacLloyd in Competech. Soundeffekte www.freesound.org Besonderer Dank an Rauke Hemmelmann, Hartmut Breuer, GB Media Biohazard-Studio-Logo-Design Wolfgang N. Darkness Design Regie und Schnitt Sascha Leupold Das Hörspiel ist kostenlos erhältlich und unterliegt der kreativcommons.org. Weitere Infos unter www.biohazard-studio.forumsprofi.de oder www.gbbmedia.forumsprofi.de oder auf Facebook unter MartinKaterProduction Ich glaube, ich sollte mein nächstes Halloween am Nordpol feiern. Den Dicken wird's gruseln. Hehehehe Hehehehe